Marco Kieser, Ständerat aus Herrn Plutessin, ein Leiter an der Altersheimen. Die Begrenzungsinitiative will, dass die Schweiz die Zuwanderung wieder eigenständig regeln darf, so wie die allermeisten der 194 Länder der Erde. Ich unterstütze die Begrenzungsinitiative, weil ich denke, dass in der Schweiz unsere Bevölkerung sollte noch entscheiden könnten, wer ein Wander kann und wer nicht. Im Kanton Tessina haben wir die Konsequenzen der Personenfreizügigkeit kennengelernt. Drückt auf die Infrastrukturen und drückt auf den Arbeitsmarkt. Zeigen Sie Ja zur Begrenzungsinitiative, um eine positive Zukunft für unsere Kinder und unsere Jungen zu bieten. Ja zur Begrenzungsinitiative, um unsere Natur, unsere Jugend, unsere KMUs und unsere Arbeitnehmenden zu schützen. Stimmen Sie Ja zur Begrenzungsinitiative. Stimmen Sie ja zur Begrenzungsinitiativemmelde! Stimmen Sie ja zur Begrenzungsinitiative! Vielen Dank.